Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit einer wunderschönen Runde League of Legends. Heute ist der wunderbare Eric dabei. Hallo! Ja, wir spielen heute mal mit Eric zusammen auf der Botlin zusammen und wir sind richtige Profi, das heißt wir werden heute rasieren gegen Rell. Niemand von uns kennt ihn, aber er kann was. Wir wissen, er kann was, deshalb ist er gut. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Guck mal, Alter! Guck mal, was die da macht, ey, halt dich so bescheuert, ey. Kann man irgendwo den Zoom erinnern, dass man weiter raussuchen kann? Kein Plan, du. Weil das sieht so nah aus, ich hätte gern ein bisschen mehr Sichtfeld. Was hast denn du für ein Bildschirm eigentlich? Hast du 2K, 4K Full HD? Ich habe 5,7K. Nee, ich habe nur einen Full HD. Also 1.929, 1.080. Tja, du. Deine steht leider mir helfen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die hier irgendwo drin sind. Ja, soll ich jetzt schon mal ein Wort? Okay. Aaaaaah! Loi, reidet. Loi, was denn das? Du bist ja faules Sack, ey. Also, das ist eine Kriegerin, tut mir leid. Versuch mal immer nur zu Last-Hitten. Nein, ich schwäche mir nur mal, so wie die an, schwäche ich an. Oh, nein, ich komme da nicht ran. Mann, Mann, der ist so weit weg. Danke. Der ist so weit weg. Vielleicht wäre voll geil, wenn die Rell nichts kann, außer reiten. Also, das war's. Die hat keine Fähigkeit, die kann nur reiten. Das wäre halt so lustig. So, ich bin Level 2, ne? Ich auch. Ging irgendwie schneller als letzte Runde. Okay, die kann auch schon wieder so übel heftig, Alter. Warum kann jeder so mega heftig momentan Stun? So übelst... Krass, Alter. Aber wir haben das Pferd von der getötet, glaube ich. Hoorah! Was? Was ist denn das für ein Support? Alter! Wollte ich mal einfach nur schauen, ne? Och, Alter! Das ist einfach nur wir auf jeden Fall. Alter, was ist das für ein... Ach, die ist mega overpowered, kann das sein? Ich habe keine Ahnung, ich kenne den Champion nicht mehr. Willst du nicht lieber back gehen? Ne, ich habe hier. Achso. Okay, ich glaube, die sollten wir komplett ignorieren, ne? Wir sollten wirklich nur auf den ADC gehen. Weil die kriegt man nicht down. Die hat irgendwie 5 Milliarden Leben. Egal, jemand weiß ich. Jo, Alter, was hat die für eine Range? Oh, nein. Oh, nein. Ich sage es vor dem Pferd. Ja, die macht mich halt down. Ich will nicht, was bei der los ist. Hast du gesehen, mich stellt die mich... Die ist doch, wetten, die ist wieder kein Supporter. Die ist bestimmt so ein Top-Lainer, ne? Die alte Schafffrage. Das müssen die irgendwie so patchen, dass das verboten wird. Dass man als Supporter wirklich nur Supporter spielen darf. Irgendwie so eine Kack-Scheiße hier. Die halten sich mega bedeckt. Ja, meck. Jo. Äh, aber... Aber die... Die läuft mit dem Farm gut. Besser, Finn. Oh, okay. Die... Die Friesen, die Länen. Da unten. Kommst du mal wieder, oder bist du eingeschlafen? Erst mal eine halbe Stunde nach Itemsuchen. Boah, die Friesen übelst gut, ey. Oh, nein. Hey, Alter, geh da mal drauf, ne? Wo ist unsere... Ich bin hier rangekommen. Ich sterbe. Nee. Oh. Jawohl. Zwei Assists. Nee. Ankill. Anassist. Haha. Nice. Hatsch gelohnt. Okay. Hallo. 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 Hi. Mein Champ hat wieder nicht durch die Minions durchlaufen können, ey. Gibt's da für ihn immer noch ein Item? Ich weiß gar nicht mal, wie das Item helft. Also. Hey, wo ist denn unsere Bot denn eigentlich? Wie lange sind wir nicht weg? Drei Stunden, oder was? Ach, guck mal, du hast auch zwei Assists bekommen. Hey, woher hast du die zwei... Ach, du hast mitgeholfen, oder was? Ach. Das habe ich null mitbekommen. Äh, wie schon gesagt, wir müssen echt gucken, dass wir die alte komplett ignorieren, irgendwie, ne? Ah, die bleibt aber... Wo die? Alter, das ist nicht normal, Alter. Das ist nicht normal. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Oh, die ist ja schon Level 6. Oh, man. Die hat aber auch so einen krassen CC, ne? Was? Oh. Alter, das ist doch... Alter, was hält die aus? Vor allem, ich... Wir versuchen es ja schon auf dem EBC zu gehen, aber es bringt halt nichts. Weil der EBC so weit immer hinten bleibt, dass wir nie rankommen. Ach, Mensch. Vielleicht sind das ja auch Primates, ne? Weißen wir ja nicht. Äh... Boah, Level... Level 5, Level 6. Alter, wie gut farm... Oh, nee, schon bei 70 Farmen und zwei Kills. Oh, oh. Und eine... Nee, 2. Aber wir müssen halt jetzt voll defensiv spielen, ne? Mhm. Und Tower-Platten bekommen. Die hat gar nicht einen Gold-Vorteil, die alte Shop-Pracke. Wir müssen die Lane freezen. Also da... Versuch mal wirklich nur zu Last-Hitten, dass die Lane bei uns bleibt. Genau so. Wollt ihr den großen noch? Mhm. Nee, ich warte noch ein bisschen. Ja. Ja, weil ich automatisches, äh, Dings drin hab. Automatisches Angreifen. Das kann man irgendwie ausstellen, aber... Finde ich auch wiederum scheiße. In der Mitte. So was für sch... ...schasen. Wie leuchten die hin? Pfff. Pfff. Jaco kommt. Nicht. Doch. Selbst wenn der kann halt nicht so viel machen, ne? Der ist auch 2-Hit oder so. Der alte. Die hat definitiv nicht Auto-Attack drin. Weil die steht auf der Stelle rum und macht das. Ja, ja. Die, äh... Die versucht halt die Läne auf ihrer Seite zu halten. So, dass du halt nicht an den Farm kommst, ne? Wir kommen halt so nicht an den Farm, ne? Aber jetzt gleich. Und vor allem nie an Level. Das ist viel schlimmer. Jetzt. Oh, ne. Fuck, nie getrunken. Ey, der Supporter zieht halt. Daneben, mein Freund. So, jetzt gehen wir auf die. Versuchen wir auf die zu gehen. Alter, was macht die für ein Damage, Alter? Ich bin ein Tank, du. Oh, die Schotze, Alter. Ja, okay. Das war jetzt geklaut von Chargo, du ekliger. Alter, was ist das? Absolut, Alter, was ist das für ein Supporter? Das ist locker... Oh, oh. Oh, abhauen, abhauen. Ich glaub, Mitte kommt. Oh, ja, Mitte kommt. Fuck, hau ab. Oh, fuck. Du kannst sterben, Alter. Oh, der kriegt jetzt 3 Kills oder 2. Nein, Ulti. Okay. Okay, und noch ein Kill? Kann er Pech haben? Nee, gut. Scheiße. Wieso ist Fitz nicht aber mitgekommen? I don't claw. Aber das war ja von Chargo so geklaut, oder? Ja, das war halt nur den Lasted gemacht. Ja. Alter, wir kriegen halt den Supporter 0 runter zu dritt, vor allen Dingen auch nicht, ey. Was ist das für ein Supporter, Alter? Alter. Also, wenn das wirklich ein neuer Champ ist, dann hoffe ich mal, dass der schnell gepatcht wird. Ich denke das überhaupt nicht. Okay. Die haben schon einen Drachen, ne? Ah, die haben den nächsten Drachen. Ah, die kriegen halt alle Drachen schon wieder. Das sieht schon wieder mega scheiße aus, ne? Ja, den Höllentracher, den sollten wir uns snacken. Ich bin halt immer noch Level 5, ne? Ich hab immer noch keine Ulti. Jetzt. Ach so, ich hab grad gefragt, ob du Ulti einsetzen kannst. Wie soll das gehen, wenn du nicht Ulti einsetzt? Ja, wenn ich keine hab. Kannst du mal Ulti einsetzen? Oh fuck, warte mal. Die sind weg, ich weiß nicht, wo die hin sind. Ich weiß halt auch nicht, wie wir den Supporter ignorieren sollen, wenn der Supporter direkt auf dich geht. Der macht's halt richtig, ne? Der geht halt direkt auf mich. Alter, viel zu nah am Tower. Hier! Alles drauf, alles drauf, alles drauf, was wir haben. Alles drauf. Ah fuck. Ich hab leider noch einen Kill gegeben, aber egal. Jetzt können wir vielleicht Towerplatten zerstören. Wir brauchen das Gold. Okay, jetzt kriegen wir keine, wir kriegen keine Gangs mehr. Einfach ignorieren. Nicht draufschießen. Einfach um Tower. Brava, Bock draufzuschieben. Was die Tank, ne? So, wir haben zumindest jetzt eine... Eine Towerplatte zumindest bekommen. Na gut, von der Farm sieht's gar nicht so schlecht aus. Du hast auch was gekickt, oder war das bei mir mitgezählt? Ne, ne, das wird bei mir mitgezählt. Ne, ne, das wird bei dir mitgezählt. Ich hab noch die Stacks. Die blauen Kugeln. Und ich farmt dann nur, nur dann. Und das kriegst du dann halt auch das Gold. Hast, hast du Dings? Hast du hier? Ja. Lassen wir zusammen hier in... Warte, lass noch 25 Sekunden. Oh, die warten von mir. Ja. Aber wie ich schon gesagt, Supporter komplett ignorieren, ne? Scheiß auf den. Den kriegen wir eh nicht klein. Den kriegen wir eh nicht klein. Das ist neun Wart, ja. Hm. Oh, oh. Oh, da. Guck mal, wie weit vorne der ist. Such den halt überhaupt nicht. Ja, die, die, die Dingsen. So, warte. Jetzt! Alles drauf! Jawohl! Alles drauf! Jawohl! Und jetzt auch zuvor. Alter, wir kriegen ja, es kann doch nicht wahr sein, dass wir den so... Was ist das? Okay, jetzt aber. Oh, endlich! Schön getrennt. Das war ja ganz schön einstrengend, ey. Oh ja, vielleicht kriegen wir ja noch eine Tower. Oh fuck, weg, 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 weg. Ich hab keinen Maler mehr, ne? Warte, ich kann nur noch das, einmal Stunt. Einfach abhauen, hier noch. Okay, hättest du nie machen, brauchen aber egal. So, ich geh weg. Okay. Nein, das machen wir nicht. Das ist halt wieder typisch, dass der jetzt da ist, wo ich eigentlich mal verarmen könnte, weißt du? Ja, das ist ja wirklich so. Aber ich kann gar nicht weg um ein Item. Ey, ist Chargo dumm. Die Botlane läuft da auch. Ist ja, äh, der hat auch irgendwie in einer Waffe. Wir können auch noch was der meint. Ne, der meint, dass, äh, Toplane und, 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 und mitlein läuft. Deshalb will er jetzt, äh, Botlane helfen. Und er gerade auch gut führst du mal. Ja. Checkt er irgendwie nicht. Oh, warte mal. Oh, scheiße. Schaffen wir das noch? Oh, das war's. Ah, das ist ein Thema. Oh, ja, ja. Den kriegen wir, den kriegen wir. Klau den! Klau den! Oh fuck! Du Schlawiner, ich wusste ganz genau, dass du hier rauskommst. Jawoll, also jetzt geht's los mit Kills. Ja, das läuft noch. Oh, wenn wir, wenn wir ein Ding, wir müssen den, den Trick bekommen, ne? Ne, die sind abgehauen. Wir müssen unbedingt, weil, weil der Höldrache gibt uns 4%, äh, Arian, 4% AP. Das war doch jetzt schon mal ganz gut, oder nicht? Ja. Läuft, läuft gerade echt gut, ey. Mein Ernst. Siehst du, wenn wir den Supporter einfach komplett ignorieren, einfach komplett auf den Supporter scheißen. Weil der Supporter halt kaum Schaden macht, ne? Ja, ja, der tankt halt nur, um, also unendlich viel. Ah, warte, geht lieber weg. Ich hab, äh, Volibear wurde nämlich schon übelst lange nicht mehr gesehen. Warte mal. Komm mal hier. Oh, Leute, hier haben sie einen Pinky. Wie geil halt der Drache jetzt wär. Aber wir, wir schaffen das zu zweit, ne. Ja, das ist mein Caper-Kill hier. Ja, ja, ich... So, jetzt haben wir Speedy. Oh, das ist ein Turm. Oh, das war dumm, gleich von Huns. Ups. Ich hab die alte... Nein! Oh, da flägt... Okay, Flägt ist raus. Geil, vielleicht. Flägt ist raus. Oh, meine Ulti ist schneller wieder da als... ...der Flash. Boah, Tower nochmal verteidigt, kommt so. Alter, komm, was auf der Top-Lane abgeht, ey. Was ist da los, ey? Gott, interessiert das nicht, unsere Gegner. Die hier stehen weiter stabil. Aber wir brauchen keine Angst haben vor Volibear. Ja, also wieder auf die, ne. Die hat hier gewordet. Ich hab... Ich hab nichts im Kion. Wann ist sein Ulti wieder da? Äh, 32, 31. Ich hab noch Heal ab, ne? Ja, wir müssen aber auf Ulti warten. Ich glaub wohl... Ah, ne. Ne, ne, lass die. Warte auf euch. Die ist zu weit. Und die hat halt hier gewordet. Die sieht mich halt hier die ganze Zeit. Was geht denn jetzt in der Meter? Boah, wenn du den Stun triffst, ne? Wenn. Attacke! Ne, 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 ne. Geh weg. Das ist ne doofe Position. Das Pony kommt. Und wir müssen aufpassen. Und wir müssen aufpassen. Ja, aber genau das machen die halt nicht. Wir müssen halt hier drauf aufpassen. Scheiße. GG. Jetzt. Okay. Helfen. Die hat... 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 Die hat die nicht sofort eingesetzt. Ich dachte, du machst ein bisschen mehr Damage. Ja, das Problem ist... Das Problem ist jetzt gerade auch, dass die halt den Drachen bekommen haben. Und der nächste Drache ist halt wieder Dings, ne? Der nächste Drache ist halt wieder... Die machen jetzt halt wieder ein bisschen mehr Damage, ne? Wir haben... Ich hab das Gefühl, wir holen die Drachen uns nicht an, die wir bräuchten. Jetzt macht man den Bot Tower direkt. Achso. Oh, der Bot Tower gibt mir da auch Geld, ne? Ja. Ja, jeden. Genau. Ja. Oh, endlich haben wir den Bot Land Tower. Das heißt, wir können jetzt auch mitlenen und sowas helfen. Sehr gut. Sehr, 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 sehr. Bei dem habe ich mehr Red Bar holen sollte. Das Ding ist halt... Mein nächstes Item geht halt richtig auf Schaden, ne? Ja. Ich hab jetzt genug Grit und Lebensworte auch. Oh, Dornepanzer wäre natürlich auch nicht schlecht in dem Game hier. Also schon mal erstmal die Maschke. Alter, passt so. Vor allem... Die waren alle zusammen auf der Top-Lehne. Dann waren sie alle zusammen auf der Mitt-Lehne. Jetzt sind die alle zusammen auf unserer Lehne. Was los? Mal schnell geklappiert, ne? Ich darf nicht fallen. Ja, das Ding ist halt, was bringt den Gegnern das, wenn die jetzt alle hier rumchillen? Weiß ich mir nix eigentlich. Okay. Oh, Z, 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 Z? Jo. Och man, das kotzt mich doch an. Der flasht mir hinterher. Das kann nicht sein. Wulibär, ne? Ja. Wulibär, ne? Mach's halt kaum Damage an Wulibär, ne? Du brauchst halt irgendwas Rüstungsdurchdringendes, ne? Das war das von Chaco. Egal, ich bleibe jetzt auf der Bordeläne noch ein Stück und geh noch ein bisschen auf mal was einfahren. Oh, fuck. Warte mal. Schon mal jetzt doch lieber wieder was. Ich brauch halt Mana. Ich hasse Mana. Ohne Scheiß. Ich hasse Mana wie die Pest. Das ist der Vorteil vom ADC irgendwann, ne? Da brauche ich dann am meisten Schaden mit meinen Autotex. Wieso labern die uns jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit zu? Was wollen die eigentlich von uns? Gehen wir schon wieder übelst auf den Pisser, die Leute, ne? Ach, äh, gefrorenes Herz. Stimmt. So, ich hab mal die Bordeläne ein Stück vorgefrucht. Die kommen jetzt mit in die Mitte. Du follow Kyle, yeah? Like a dog. Äh, die sind auch Premates. Die Pordeläne, oder was? Hm. Witzigerweise haben wir aber auch besser auf der Bordeläne ein bisschen gespielt. Oh ja, wenn die den Drachen jetzt auch noch bekommen, das wäre ganz eklig. Wie kommt denn der? Der hat doch noch voll lange Zeit. 25 Sekunden. Es ist halt dumm jetzt den Drachen zu challengen, ne? Alter, ich weiß nicht, was wir hier grad machen. Einmal nur doof. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ja, moin. Scheiße. Oh, boah. Alter. Fist voll gut. Ähm. Hast du deine Uli? Oh, Alter, die kriegen jetzt. Ah lol, die sind nur noch am Anfang. Suche ein bisschen Damage. Oh. Boah, das Problem ist, das Spiel werden wir, glaube ich, auch nicht mehr gewinnen, ne? Die haben zu viele Dracks gemacht. Weil... Die haben alle Drachen, oder? Na, die guck, guck mal, was die letzten zwei Drachen geben. 4% Angriffschaden, 4% Fähigkeiten, steigern. Und jetzt haben die zweimal. Also 8% AP und 8. Boah, Alter, das ist heavy. Wir konnten halt daran nichts mehr machen, geht's noch nicht. Ja, Problem, die haben halt wieder ein extrem heftiges Tengi-Team, ne? Es ist schön. Uh, der war eigentlich ganz gut. Ach, das Ziel muss halt mitkommen. Ja, die meinen, wir wären Loops, deshalb. Ja, die meinen, wir wären Loops, deshalb. Ich bin damit. Geht doch. Meine Herren, wir haben einfach nur so spielen. Alter. Quotra hat der Panda geschafft? Ne, scheiße. Haha, sein Panda-Kill ist auf der Top-Lehme. Ah, halt das Assozi. Genau so müssen wir die Team-Fights machen. Das waren gerade echt viele Assists, die ich gekickt habe. Das ist auch ganz gut. Ja, klar. Das sind halt Gold. Ne, Kills. Gold. Ja, natürlich, wa? Immer wachsam. Meine, ich stehe genauso wie du von der Karte. Als Supporter. Drei... 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 Da ist gescheuert, ey. Ah, schön Aber Fizz ist gerade unser Carrier Hat mir mal den in Red geholt Oh nein Ach komm, wahrscheinlich, oder? Hey, sorry Das hört sich halt absolut nicht ehrlich an Ich hab mich so gefreit, dass ich immerhin darf, bis sie wieder Wir haben halt zu wenig Wischen, finde ich Ich hätte sonst sehen können, dass die von da kommen Ja, das Problem ist, ich bin gerade der Einzige, der Wischen aufbaut und ich kann halt insgesamt nur drei bauen Und ich hab schon zwei, ne, drei Ne, vier kann ich ja bauen Stimmt, ich hab ja hier ein Pinky noch stehen Also, ihr müssen halt alle mithelfen Oh, machen wir den Bär holen? Wollen wir den Bär holen? Das wäre natürlich richtig kacke, wenn ihr jetzt anfangen, Bär holen zu machen Ich bin da Wir haben halt Bär und nicht gebracht Die machen halt wirklich Bär holen Die machen halt Bär holen Ihr müsst, ihr müsst auf hier Set und sowas gehen Hä, wie dumm war das, Alter Dann klaut wenigstens den Also, tötet die wenigstens Tötet sie, tötet sie, tötet sie Oh Alter Was hat denn der Fenil? Ja, Kaiser Scheiße, Kaiser hat halt Ich glaube, Kaiser hat Dings bekommen, ne? Also, Kaiser hat noch den Bär-Blen-Boff Na gut, egal Ist egal, wir pushen mit jetzt Ah, das war so dumm Ihr hätt... Mann Ja, ich hab das auch nicht verstanden, warum die alle dahinter sind Einfach nur ganz schnell den Set Der war ja fast tot Und, und, Voli-Bär Die waren auch nur noch zu zweit Fein, ich hätte jetzt halt wieder alleine Fast gemacht, ey Der machte nämlich absolut kein Damage mehr Ah, okay, sie hat Bär-Blen-Boff, ne? Ah, gut Haben wir neues Item wollen aber Wenn die Main jetzt nicht E-Tem? Nicht Item, du holst jetzt ein Item Ich will jetzt eh mal eine Umfrage starten, ne? Weil mich übel viele jetzt schon mal gefragt haben Ob ich mal, ähm, mal streamen kann Hab ich das mal gefragt? Ja, mich haben aber schon Auch auf Instagram und Twitter schon ein paar angefragt Muss ich mal überlegen, liebe Zuschauer Also, Bock hätte ich halt schon Das Problem ist halt immer wegen der Zeit Ich bin halt Ich hab mir halt angewöhnt Jetzt gerade nach der Arbeit immer pennt zu gehen Wenn ich das nicht mehr hätte Dann hätte ich ja die Zeit Ähm Aber man kann definitiv mal Einen Gaming-Stream machen Kein Problem Da kann ich ja mal einen Erik irgendwann fragen Der Bock hat Oh nein Ich brauche noch mein nächstes Item Oh, der andere Stimmt Oh, fuck Der andere Ist ja klein Ab, ne? Oh, 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 wenn du den bekommen, ey Bekommen, wie viel eh alles Hab ich ja Ja, andere Ist die Geh, ne? Also, Abendtrag Aber jetzt mach ich eigentlich Schaden, ey Also, den Abendtrag brauchen wir definitiv Die kriegen wir Die haben einen weniger jetzt Aber wir auch Oder? Nein, die haben zwei weniger Was macht viel ist denn? Warte mal, wir müssen mal den Drake rausholen Warte mal Ja, so Oh, oh Oh, nein Nein Das ist schlecht Ähm Wir sind aber auch Wieso sind wir ohne Schako zum Drachen gegangen? Äh, mit den anderen haben die eigentlich jetzt gewonnen, ne? Schako hat smiled, man Der wurde uns ja weggesmiledt, grad, ne? Äh Habe ich jetzt aber auch nicht verstanden Der Abendtrag ist Der Abendtrag ist da Oh, fuck Ja, gegen Abendtrag, wir können eigentlich jetzt gar nicht fighten, ey Die machen uns eigentlich jetzt mit dem Abendtrag easy peasy fertig Die können jetzt eigentlich durchpushen Geht's mir alleine hier rein Nicht vergessen Pass auf, wir können hier nix machen, ne? Wir können hier wirklich nix machen Da kommt unser Team wieder Vor allem, wir waren in der Überzahl rein theoretisch, ne? Mh Spann bitter, ne? Wir können halt nicht fighten Die haben halt so heftige, äh, die Tanks, alter Was macht Fizz? Alter Ja, die gg, die pushen durch Warum fighten wir hier, wenn die den Abendtrag haben, alter? Da war Fizz einfach reingesprungen Mann, Leonard, du bist so bad, ey Ja Ja Lern einfach mal spielen, ey Ich merke das schon Okay Das Problem ist einfach, dass wir reinrennen, wenn sie den Antrag haben, ach alter Ja, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen, wir sind definitiv da, die Bakunzer, die Winn am nächsten Aufnahmen, dann haut rein und tschüss! Einer